Oh ja, ich seh's gerade. Ach komm, eine Runde geht noch. Ja, ne, ich glaub mir, ich... Ach, ich spür die Poppats-Typen machen will. Okay, ja gut, dann muss ich jetzt mal gucken, wo ich das dann ausgebe. Mach ich meinen Jake mal weiter. Hab ich ihn eh gesehen oder? Nein, 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 nein. Ich hab den Fluss im Start. Ich hab den Start. Wissen Sie, ich hab den letzten Mal ein nagelneues Teil tatsächlich mal mitgenommen. Was war? Freddy stand unzentig hinter mir. War ja so klar, der hat mich das erste Mal so ein nagelneues Teil mit und dann nahm ich den Killer direkt vorm Land voneinander im Arsch. Ne, ah, ich guckte aber genau so. Da hast du grad angefangen, dann kommt er und dann musst du uns gehen. Oh na, gut, no. Oh na, gut, no. Oh, weil... Was? Würdest du mir das bitte nochmal in Deutsch übersetzen? Das wär echt lieb von dir, Kenzie. Wow. Wow, ich war grad Punkte am Ausgeben. Na,erd. Oh... ...inner. Oh, oder was? Oh na, get no. Ohana... get... why. Hey... Orna get no, 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 da schleicht mal Damsig hier rein, ey, glaubst du denn? Achso, warte mal, Mac holst du ja, ne? Guten Morgen, meine Liebe! Hallo ihr Lieben, schön spielt ihr, ganz doll. Ja, sicher, aber ich werde mich auch verabschieden. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Nacht, viel Spaß noch. Und es ist die Tage. Ja, schlaf schön, meine Liebe, danke, dass du auf jeden Fall da warst, das hat mich echt mal wieder gefreut. Ja, sowieso. Und vielleicht am Dienstag, wenn noch ein Platz da ist, dann bin ich dabei, auf jeden Fall. Gerne, kriegen wir bestimmt irgendwie hin, ansonsten rotieren wir. Ja, auf jeden Fall. Warst du mein Spooky? Ich wünsche dir auch noch viel Spaß bei deinem Dreier. Genau. Ja, danke. Kissen, Bettdeckung, sieben. Boah, das wird so geil. Oha, oha. Na gut, also dann, viel Spaß noch. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Tschüss. Da schleicht sie sich ja einfach in den Discord, ich glaub's ja. Tschüss, ich. Und ich muss mal mein Headset enddrehen. Ja, das Problem kenn ich. Aber keine Ahnung, wie das mal passiert ist, weil ich eigentlich immer gleich aufsitze und gleich wieder absitze. Ja, das denk ich eigentlich auch immer. Cool, bei mir, bei mir fehlt Mauer. Boah, ich kann nicht durchgehen. Ich bin in der Scheune, in der Scheune ist das, äh, ja, ist der Keller. Schon mal keinen Wind. Oh, ich seh den schon direkt. Ja, klar. Und der Wildschirm läuft schon direkt. Joach, und der Boy ist bei mir. Ja, na, na. Natürlich bist du bei mir. Nö. Freddy, ja? Ja, Freddy. Ich sag doch, ey, instant der Killer bei mir. Nee, ich wusste es doch. Glaubst du und ich nicht, Boy. Glaubst du und ich nicht, Boy. Ich hau mal ab. Ach so. Macht nix. Tschuldigung. Hey, du schon. Hallo. Ja, hey. Oh shit. Oh. Danke. An den lieben Chat auch noch. Viel Spaß und eine gute Nacht. Danke, Kenzie, fürs Reinschauen. Wow. Tschuldigung. Äh, ich muss hier mal durch und so. Hallo. Hallo. Mach dir mal. Schiss, Chef. Oh, hängen geblieben. Ernsthaft? Wow. Wieso ist hier ne... Oh, er... Oh, wow. Er lässt mich liegen. Was? Er kommt zu euch in die Mitte. Ja, ich geh. Hallo. Oh, mein Gott. Kein Respekt vor Kisten. Der lässt mich hier, Alter. Der lässt der mich hier... Ach so, er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Oh shit. Danke. Ja. Oh, hi Lucy. Ah, jetzt hätte er mich auch eingefallen. Und jetzt ist er mit mir her. Ah. Ah, jetzt hat's. So. Jetzt habt ihr Pech gehabt. Ich muss dir mal vorbeigelaufen. Oh. Au. Au. Ups. Ups, sagt er. Ups. Hey. Hey. Ja, wecken Sie mich mal auf, bitte. Ja. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Au. Ja, der will komplett nur flanken, würde ich sagen. Ich mache mal Jen weiter. Oh. Oder generell, ich fange mal einen an. Ja, er kommt direkt zu euch wieder. Zu euch? Ja, die, der sich gerade... ...aufwärts. Natürlich hinter mir her. Natürlich. Boah. Alter, der... Nee, der war noch nicht mal drauf und trotzdem bin Lidia am Boden. Ernsthaft? Wow. Ha 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 ha. Unfassbar. Toll, du hast mich jetzt nur aufget... ...läufst du nicht sagen. Ja, ach, er hält sich auf. Ja, nice. Oha. Ja, ich sehe mich ja nicht. Ach, da bist du. Von dem zu. Ist egal. Ich weck dich jetzt auf. Äh, er schleift doch hier unten. Er geht jetzt. Du auch ein bisschen bei dir. Ja, er ist bei mir wieder. Kleiner... Er kommt zu Muck. Nee, nee. Er kommt zu Muck. Also der trifft komischerweise wirklich mit jedem Scheiß-Hit. Das ist echt heftig. Jeder Hit sitzt da, egal wie weit du weg bist von dem. Klatsch, klatsch. Das ist schon echt heftig. Aber der hat bestimmt... Neee. Der hat bestimmt den Prototypen drin. Jaa, ganz toll. Mach's dran. Alle Leute nur Slangen. Oh, wow. Pukki gibt auch auf. Nee, äh, äh, Think Vision. Ich kann mich nicht vollheilen. Ja, komm mal zur Scheune. Boah, ich bin doch zumindest schon mal vollgeheilt und ich kriech dann einfach mal ein bisschen rum. Weil sehen durfte er mich nicht mehr können. Er war gerade bei mir an der Scheune. Er ist wieder bei dir, Vision, gell? Vision? Nee, das ist schlecht. Und ich bin jetzt wieder fürcht. Ja, ja, der ist hier irgendwo. Ich hole sie jetzt runter. Ah, was geht? Ja, ist natürlich in der D her, ne? Ja, ja. Warte, ich versuch nicht. Ich komm, ich komm, ich komm nicht mehr. Ah, du bist gerade wieder eingeschleffert worden, ne? Ja. Hey, Mann. So, warte mal. Ah. Ja, nice. Komm, ich bin leh. Ich ziehe dir das zu müssen. Wow. Ja, er ist eigentlich gut. Also, ich würde sagen, da ist ein Nurse-Call drin. Hallo? Er ist hinter mir, ja, wieder. Er ist hinter mir, ja, wieder. Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Leute, wir müssen noch einen Generator machen, sonst kommt die Luke nicht. Weg ihn. Aus dem Traumreich bin ich auf jeden Fall schon mal raus. Also, ich bin ganz hinten in der Ecke, wo der Mellrescher so ist. Schau und, äh, Palettenhaus. Mach grad. Da den Jen. Ich bin bei der Runde, ne? Ich bin am Scheißhaus in der Nähe und hier ist er auch grade. Okay. Bin auch am Jen. Mein Jen hab ich ungefähr bei 60, 70 Prozent. Ja, er hat sich wieder bei mir. Hab mein Jen getreten und ist wieder gegangen, ja. Oh, er ist wieder in Richtung hier. Mein Jen ist bei. 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 Er ist aber wirklich ein bisschen sluggy drauf, der Junge, ne? Haben wir mir. Auf. Boah. Moin. Aaaaaah. Werkstil-Wig. Das ist ja eh eine ja selbst. Das ist er. � talent. Oh concrete. вчerem. Ich hab schon mehrere Recker-Schläge. Ich hab's gelacht. Ah, er kommt. Ah, ist mir egal. Ich schlafe noch. Jo. Ja, bret. Bist fertig. Fertig. Mach fertig. Los, geht wieder hin. Nein. Nein. Er geht wieder zum gemachten Spielen. Du, 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 du. Er ist hier bei mir. So. Fischen kannst du kurz kommen. Für die zwei anderen. Das gibt's auch nicht. Kann der Macho so schnell sein? Ähm. Aufbecken und teilen. Prototyp. Prototyp Kralle, damit ist der unheimlich schnell. Ach, da vorn ist er. Ah, er lässt sich wieder liegen. Ah, er ist bei mir. Oh, ich liege. Und ich blute gleich aus, wenn du mich jetzt weiter liegen lässt, Boy. Dass du da nicht wirklich viele Punkte kriegst, ist ja klar. Ich liege übrigens in der Palette. Und er hebt mich tatsächlich auf. Das hat er gehört. Ich komm an den Haken in der Mitte. Und er kommt, glaub ich... Er kommt instant zu euch zurück. Instant. Er hat sich jetzt mal abgelehnt. Ja, jetzt gehen wir drinnen. Ich hab dich doch aufgegriffen. Ja, ich seh aber... ... eine Kraft bewegt. Ja, er hat mich wieder eingeschleppert. Thank you. Kannst du Cookie holen gehen? Ich kann mich nicht heilen. Und ich bin schon wieder im Schlaf, ernsthaft? Wow. Junge, bist du nervig. Ah, 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 ah. Ah, und im Keller krieg ich doch noch eine. Weißt du bei mir. Geht wieder zurück. Äh, ich kann mich nicht aufwecken. Dauert jetzt leider einen Moment. Oh Gott. Lauf. Er läuft aber die hinterher ab, okay? Oh Gott. Er hält sich der bull we- St.